Moin Moin, ich bin's, euer Flutty. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Tolgeron hat gestern ein Disz-Zweck gegen mich veröffentlicht und den kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich werde ihn jetzt in diesem Video richtig zurückdissen. Viel Spaß mit meinen Gesangskünsten. Tolgeron macht einen auf Webbar, lehnt sich zu weit aus dem Fenster, der Typ kann nicht mal singen, kann kein Schmitte erringeln, er bekommt nicht mal einen Trostkeks, denn sein Gesang verursacht Ohrenkrebs. Er ist nur neidisch, weil er weiß, dass er mein Level niemals erreicht. Ich scheiß auf sein Live, seine Videos sind gar nicht nice. Er ist so hässlich, da hilft nicht mal Photoshop, deswegen wird er bestimmt richtig gemobbt. Doch nicht mal ein Schwein will sein Hintermann sein. Seine vielen Disz-Lack hat er sich verdient und jetzt habe ich Tolgeron richtig bedient. So, ich hoffe euch hat der Disz-Track gefallen. In der Beschreibung findet ihr den Link zu Tolgerons Disz-Track gegen mich, da könnt ihr mal reinhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. BIRDLE 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 BIRDLE